Es war einmal Hänsel und Gretel und das Kindeswohl. Wer kennt sie nicht die Geschichte von Hänsel und Gretel? Vor allem seit dem großartigen Film Hänsel und Gretel Hexenjäger. Wahlweise auch die Kindheitserinnerung anzapfen. Ich möchte ganz kurz Hänsel und Gretel wiederholen, dass alle auf derselben Seite sind. Und du wirst dann das juristische Buch durchblättern. Hänsel und Gretel sind Kinder und Nerven. Vor allem die Mutter der beiden Kinder. Oder sie leiden Hunger. Je nachdem welcher Märchen man sich anhört. Die Mutter schmiedet einen Plan entgegen des Willens des Vaters, dass die Kinder ausgesetzt werden sollen im Wald. Das bekommt der Hänsel mit und schmiedet seinerseits einen Plan mit Kieselsteinen, den Weg nachvollziehen zu können. Das gelingt ihm auch beim ersten Mal. Die Kinder kommen wieder zurück. Das macht die Mutter natürlich noch viel zorniger. Und sie sperrt das Haus zu. Man kann nicht mehr raus. Und der Hänsel bleibt dann, um den Plan umzusetzen, eigentlich nur noch Brotkrummen zu streuen. Die Brotkrummen werden aber von den Krähen gefressen. Dadurch finden die Kinder nicht mehr zurück und verirren sich zuerst mit dem Wald. Und dann finden sie zum Glück oder Unglück das Hexenhaus. Nämlich das Lebkuchenhaus. Und schlagen sich die Bäuche vor. Weil die haben ja Hunger. Weil die das Brot verstrahlt haben. Und dann hören sie. Die knusper, knusper Knäuschen. Wer knusper in meinem Häuschen. Worauf sie antworten. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Diese Finte funktioniert aber nicht. Und die Hexe nimmt die beiden Kinder gefangen. Der Hänsel soll gemästet und gegessen werden. Und die Gretel soll für die Mutter arbeiten. Ah, für die Mutter, für die Hexe. Mutter, Hexe. Das ist ja oft gleichbedeutend in den Märchen. Ziehen wir uns diesen sieben Meilen Stiefel nicht an. Die Gretel soll für die Hexe arbeiten. Und der Hänsel wird immer wieder geprüft von der Hexe. Aber der steckt immer wieder nur ein Hühnerbein aus dem Käfig raus. So dass die Hexe immer, also stets davon überzeugt ist, dass der Hänsel nicht dicker wird. Nicht gemästet werden kann. Witzigerweise ist dann so, dass er aufgrund dieses Mästungsversuchs im Film halten sie sich fest Diabetes bekommt. Also der wird Diabetiker aufgrund dieser Mästung. Darauf gehen wir dann später noch ein. Es ist eine spezielle zuckerhaltige Diät, kann man so sagen. Glebkuchen. Ginger... Gingerbread. Gingerbread. Und es ist jetzt jedenfalls so, irgendwann ist die Hexe einfach genug und sagt, ich esse jetzt ein Hänsel aber noch nicht... Also magere. Also magere, egal, ich habe einen Hunger. Sperrt den Käfig auf und möchte ihn in den Ofen stecken, um ihn dort eben zu kochen. Aber Gretl und Hänsel übermannen die Hexe und stoßen sie ihrerseits in den Ofen. Die verbrennt, ist quasi eine Gewesene. Und Hänsel und Gretl können fliehen, finden viele Reichtümer oder nehmen das ganze Lebkuchenhaus mit, kommen nach Hause zum Vater, finden den Weg zurück. Die Mutter ist Gott sei Dank nicht mehr da. Wahrscheinlich ist sie davon gelaufen oder gestorben. Oder es ist ein Märchenprinz vorbeigekommen. Und man hat sich mitgenommen ausügend am Grund. Die hat nicht gewusst, dass um die Ecke Schneewittchen war oder ein Rapunzel. Dazu aber später. Dazu später. Jedenfalls ist es so, dass halt dein Vater, Hänsel und Gretl mit Lebkuchen und glücklich leben können. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rätseln sie noch heute über die rechtlichen Aspekte, dieses Märchens. Ganz genau. Weil abgesehen davon, ob man als Hexenjäger eine Gewerbeberechtigung braucht. Ist ein reglementiertes Gewerbe. Kammerjäger, Hexenjäger, keine Analogie. Möglich. Ist rechtliche Analogie. Aber trotzdem müssen wir uns einmal mit einer Sache beschäftigen, nämlich dem sogenannten Kindeswohl. Wir sind uns einig, dass Kinder in den Wald aussetzen, auch wenn man Hunger leidet, nicht unbedingt die beste erzieherische Methode ist. Und es ist so, dass im Gesetz bei uns, in § 138a BGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das ist so unser großes Märchenbuch des Zivilrechtes, des Kindeswohl definiert ist, das insbesondere für minderjährige Kinder gilt. Also Personen unter 14 Jahren. Nehmen wir an, dass das bei Hänsel und Gretl der Fall ist. Und das Kind muss angemessen versorgt werden. Es braucht Nahrung und Wohnraum. Und generell haben Eltern und Kinder einander nach § 137a BGB beizustehen. Das heißt, das funktioniert wechselseitig. Und nach § 159a BGB hat der Absorgeberechtigte, das sind in der Regel die Eltern, alles zu unterlassen, was dem Kindeswohl schadet. Das Aussetzen der Kinder im Wald, selbst bei innerfamiliärem Hunger, ist einfach ein Problem. Ist, wie wir später bei anderen Videos noch hören werden, durchaus auch strafrechtlich relevant. Ist aber auf jeden Fall nicht im Sinne des Kindeswohls. Viel wichtiger oder viel richtiger wäre es gewesen, die entsprechende Märchenwald-Bezirkshauptmannschaft zu verständigen, das königliche Jugendwohlfahrtsamt oder so einzuschalten und Hänsel und Gretl kurzfristig woanders, also keine Ahnung, bei den sieben Geißlein, bei den drei kleinen Schweinchen, wo auch immer entsprechend unterzubringen. Beim tapferen Schneiderlein. Zum Beispiel beim tapferen Schneiderlein. Da gibt es Marmeladenbrote. Ganz genau. Da hängt es was zum Essen, meine ich. Mit Fliegen zwar drauf, aber die hat er ja dann sieben auf einen Streich entsprechend. Aber dazu ein anderes Mal. Dazu ein anderes Mal. Jetzt gehen wir mehr Apropos Marmelade. Zu dem Problem der Diabetes. Genau. Vom Hänsel. Ob der Hänsel an Diabetes leidet durch diese Maßnahme, das ist etwas, was es sozusagen in dem Urmaterial, im Source Material nicht gibt. Es erweitert das Universum, also die Hänsel und Gretl Legends gewissermaßen. Aber wir gehen jetzt davon aus, wenn er immer einseitig ernährt wird, was übrigens auch nicht dem Kindeswohl entspricht, dass er dann eben diese Krankheit entwickeln kann. Und da könnte man sich auch fragen, was bedeutet das für die Hexe? Und es gibt tatsächlich etwas, das nennt man § 178 StGB, die vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Da könnte man sagen, naja, eine Krankheit liegt vor und es ist vorsätzlich auch gemacht worden. Die Hexe wollte offenbar ein bisschen mit Zucker nachwürzen, bevor sie ihn dann kocht oder dann wieder sie von selbst karamellisiert. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er eben im erweiterten Universum dann Diabetes und könnte eben hier die vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch eine Krankheit sein. Allerdings sagt das Gesetz hier eine übertragbare Krankheit und auch eine Krankheit, die nach den entsprechenden Gesetzen entweder anzeige- oder meldepflichtig ist. Typischer Fall für eine anzeige- und meldepflichtige Krankheit ist zum Beispiel die sogenannte offene Lungentuberkulose, die auch in der heutigen Zeit wirklich noch mit Lungenröntgen festgestellt wird. Beispielsweise bei Häftlingen, also bei Gefängnisinsassen, wenn die ins Gefängnis kommen, wird einmal Lungenröntgen gemacht, weil dort die Gefahr sehr groß ist, dass sich das eben verbreitet. Der rote Tod. Der rote Tod, ganz genau. Da sind wir jetzt aber eher beim Edgar Allan Poe. Ja total, genau. Edgar Allan Poe hat alle seine Frauen an Tuberkulose verloren. Deswegen hat er seine 14-jährige Cousine geheiratet. Und die ist dann an Tuberkulose verstorben. Das ist bitter und passt dann nicht zum Thema. Und deswegen hat er die Detektiv-Romane erfunden. Hänsel und Gretl. Genau. Back to Hänsel und Gretl. Danke für diese... Das war so eine Randnotiz für das Allgemeinwissen. Genau. Bildungsauftrag gewissermaßen. Ja, das war auf der Uni. Auf jeden Fall, es ist eben keine Gefährdung durch eine derartige Krankheit. Es könnte aber natürlich eine Körperverletzung sein, nach § 83 fortfolgende Strafgesetzbuch. Vielleicht sogar eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen, wenn eben der Hänsel dadurch ein schweres Leiden oder ein Sichtum hat und das auch entsprechend beweisen kann. In jedem Fall wird er, wenn er länger hier erkrankt ist, wenn er länger Therapie notwendig hat oder sein Leben lang irgendwelche Medikamente nehmen muss, gemäß § 1325 ABGB auch Schadenersatz wegen einer Verletzung am Körper fordern können. Problem ist natürlich, die Hexe wird von Hänsel und Gretl da überwältigt, hast du schon gesagt, und wird in den Ofen gestoßen. Also man wird sich wahrscheinlich nur mehr an den Nachlass wenden können, was Hänsel und Gretl eigentlich eh tun. Ja, natürlich, genau. Apropos Hexe und Sichtum. Gibt es das Wort Sichtum im Gesetz? Ja. Das Wort Sichtum gibt es im Gesetz. Sichtum. Das Wort Sucht übrigens kommt von sichen. Ah, ich siche. The stuff you know. The more you know. Und jetzt ein sehr kurzes Sichtum wird wahrscheinlich die Hexe im Ofen erlitten haben. Also jemanden zu verbrennen, egal ob das jetzt im Ofen ist oder woanders, ist relativ eindeutig. Das weiß sogar ich. Paragraph 75 StGB Mord. Außer bei einer Feuerbestotten. Ja, wenn der schon tot ist, genau. Also wenn er einen anderen tötet, ist ja die. Nicht, wer einen Toten verbrennt. Und selbst dann dürfen wir nicht einfach anziehen. Ja, okay. Das ist ja klar. Also, viel interessanter finde ich, wenn Hänsel und Gretel das mit der Hexe machen. Was fällt dir dazu ein? Das Erste, was mir einfällt, ist das, dass man sich schon fragen muss, welche Baubehörde hat das genehmigt, dass ein richtiger Ofen in einem Pfefferkuchenhaus steht. Aber das würde ebenfalls zu weit führen, auf deine Frage geantwortet. Hänsel und Gretel stoßen die Hexe in den Ofen. Das ist ganz klar Mord. Was könnte es sein? Es könnte sein auch, das ist so die leichtere Form vom Mord im Gesetz, der sogenannte Totschlag. Also die Tötung in einer allgemein begreiflichen Erregungssituation. Es kommt hier zum Kampf, es war nicht geplant. Könnte man in diese Richtung argumentieren. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, ja die Hexe hat sie angegriffen. Sie haben sich zur Wehr gesetzt, also die sogenannte Notwehr. Das Problem ist nur, die Notwehr wäre in diesem Fall überschießend. Also man hätte sie ja irgendwo gefangen setzen können und nicht gleich in den Ofen stoßen. Das heißt, es wäre eine sogenannte Notwehrüberschreitung, eine exzessive Notwehranwendung. Und man würde dann auf das Fahrlässigkeitslieg, also auf fahrlässige Tötung kommen, was übrigens rein vom Strafrahmen her einen massiven Unterschied macht, ob es Mord oder fahrlässige Tötung. Allerdings, wie ich am Anfang gesagt habe, wir gehen davon aus, dass Hänsel und Gretel einfach minderjährig sind, unter 14 Jahren. Und damit dann das Thema, dass Personen unter 14 Jahren nicht straffähig sind. Gar nicht straffähig sind. Und wenn ich jetzt mein gesamtes kriminelles Potential ausschöpfe, an die Energie, und mir überlege, eine kleine Armee von 12-Jährigen, die dann für mich gewisse Straftaten begehen, beziehungsweise halt Drogenkuriere sind, oder so in einer größeren Gruppe sind ja auch 12-Jährige bedrohlich, Leute anschüchtern oder so. Sie machen das mit der Masse. Ja, genau. So ist das mein Plan. Also nicht mein Plan. Überhaupt nicht mein Plan. Aber wie wäre das? Angenommen, du fragst für einen Freund und das wäre nicht mein Plan. Frage für einen Freund. Nicht Freund. An dem mag ich gar nicht den Typen. Tatsächlich. 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 Kommt es immer wieder vor. Also wir in der Praxis sind damit konfrontiert, dass zumeist Jugendliche im Alter von, keine Ahnung, 16 bis 18 unter Umständen wirklich Minderjährige anheuern, um zum Beispiel Diebstähle zu begehen oder zum Beispiel auch um Drogen zu liefern. Gibt es auch in Österreich, habe ich auch schon Fälle dazu gesehen und gehabt. Die Kinder selbst sind nicht strafbar, allerdings sind diese Personen strafbar als die sogenannten Bestimmungstäter. Und der Bestimmungstäter nach § 12 Strafgesetzbuch ist immer so wie der oder die Täterin selbst zu bestrafen. Und auf das werden wir ja noch zurückkommen in einem anderen Märchen. Ganz genau. Das heißt, wir können das jetzt beschließen. Hänsel und Gretler sind ja wieder sicher. Hänsel bleibt zwar Diabetiker, aber trotzdem, wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Leben Sie noch heute. Vielen Dank. Richter. Richter, Richts, ich bitte Sie sehr. Richter, Richts, doch bitte wieder her. Richter, Richts, ich kann nicht mehr. Richter, reicht's. Und richter, aber fair.